Yo Leute, was geht? Spaß beiseite. Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu diesem kurzen Ankündigungsvideo. Tada! Eventuell wart ihr schon dabei, als ich hier auf YouTube gemeinsam mit euch die Adapt Challenge gespielt habe. Und jetzt gibt es eine neue Challenge, nämlich die Naked Challenge. Oder auf Deutsch die Naked-Di-Herausforderung. Je nachdem, wie ihr möchtet. Ziel ist es, mit allen Charakteren in DBD aus einer Runde zu entkommen. Dabei sind wir aber komplett nackt. Es gibt keine Skins, dass die Survivor nackt sind. Aber nackt heißt, wir haben keine Perks, wir haben keine Items dabei und wir haben auch keine Opfergaben dabei. Das heißt, wir sind auf uns allein gestellt. Und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir die Challenge durch haben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!